Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch heute mal die Hyperjokers vorstellen. Heute ist der 17. 7. 2018, ja. Ja, wir sind eigentlich schon relativ viele. Wir fangen einfach jetzt direkt mal schon mal an. Das ist die Mitglieder und die Phoebe. Leck, die haben wir uns echt dolle. Okay, wow. Ähm, ja. Wir sind schon relativ viele. Ich bin gerade die Einzige, die online ist. Aber gerade war auch schon die Emmy und die Alice. Wir haben sehr viele Saras im Club. Hier einmal ich als Sarah Discofeier. Dann einmal die, wie heißt sie, die Sarah Mouse Rider. Und einmal die Sarah Soft Cage. Voll lustig. Ja, das ist auf jeden Fall die Mitglieder. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur Club-Info. Ja, Hyperjokers, Besitzer des Raitclubs. Emily Disco Rider. Hyperjokers, herzlich willkommen in Hyperjokers. Wir wollen zu einem großen, aktiven Club mit viel Social Media heranwachsen. Ich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst und du Spaß an allem hast. Unser Club-Outfit genauso wie unser Koffer ist es eigentlich recht billig und schnell zu haben. Ich fände es schön, wenn ihr euch viel am Club-Check beteiligt. Emily. YouTube Jesse DGB. Dann einmal mein Kanal. Sarah Discofeier. Snap Hyperjokers SSO. Ja. Das Club-Fat. Jo, ich will jetzt starten Pony. Das habe ich jetzt leider nicht dabei. Stammisch, sie ist Raitplatz. Ja, ich wollte gerade einfach schon mal... Also hier. Und die Heather... Ähm... Ja, okay. Nein, gegangen. Ja, auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall der... Wie heißt das? Der Stammi. Also der Stammplatz. Und jetzt ist hier noch das Club-Outfit. Das könnt ihr euch jetzt mal ganz kurz auf Stopp machen. Und dann könnt ihr euch das durchlesen. Hier einmal der Reiter. Und hier das Pferd. So, jetzt kommen wir... Boah, meine Kamera. Die soll mal aktualisieren. Danke. So, jetzt kommen wir zur Wochenplanung. Montagsdienstag und... Boah, ich kann nicht verlesen. Montag, Dienstag und Mittwochs haben wir alle frei. Also habt ihr frei, habt ihr frei, habt ihr frei. Ja, was ich sehr cool finde. Donnerstag, ähm, Club-Treffen. Reiterinadressur 17 Uhr mit Club-Fat und Club... Nein, mit Club-Outfit und Club-Fat und Pflicht. Da kann ich manchmal überhaupt nicht kommen. So gut wie immer kann ich da nicht kommen. Weil ich dann nämlich in echt reiten bin. Ja. Und zwar genau um 5 Uhr. Und das ist immer manchmal sehr blöd. Ja, ähm, ja. Oder man nimmt eigentlich noch früher. Aber ich reite halt bis 5. Und dann kann ich jetzt natürlich nicht online kommen, leider. Dann einmal Freitag, Club-Tassen-Stammy-Outfit 14 Uhr. Club-Outfit und Club-Fat, freiwillig. Club-Tassen-Stammy-Nightrip 20 Uhr, weil sie wirklich ihr Nachtritt pflicht. Ja, da kann ich eigentlich so gut wie immer kommen. Samstag, Club-Tassen-Stammy-Vielseitigkeit 14 Uhr. Lieblings-Pferd- und Club-Outfit-Pflicht. Da kann ich endlich auch kommen. Sonntag, Club-Tassen-Stammy-Level in 13 Uhr. Level-Pferd und Club-Lieblings-Outfit, freiwillig. Ja. Ein sehr, sehr cooler Club auf jeden Fall. Yep. Hier einmal die Regeln. Die kann ich jetzt auch röchtern. Das ist ein Hyper-Jokers. Okay. Keine Beleidigungen. Jeder ist willkommen. Vor dem Club haben wir sich abgemeldet, wenn man nicht kommen kann. Man beteiligt sich am Abend und im Club-Chat. Man schreibt sich gegenseitig Hallo oder Tschüss, wenn jemand on- bzw. off-geht. Man schreibt sich, ihr habt Zeit, euch das Club-Feld und das Club-Outfit zu kaufen. Wenn man on ist oder kommen kann, ist das Club-Treffen pflicht. Dann halt hier noch alles so weit, halt so Regeln halt, ne? Ja, auf jeden Fall sind das halt unsere, die Hyper-Jokers. Unsere vor allem, mhm. Klar, von Emily, die Hyper-Jokers. Ja, Leute. Ähm, die Emily hat im Moment auch Chat-Sperre. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie lange. Die hat ja zehn Tage, ne? Ja, glaube ich schon. Ja, ich habe jetzt drei Tage, falls ihr das hören solltet. Das ist sehr wichtig für den Club. Aber die Emily, die war auch schon so nett. Unter dem letzten Video hat sie mir schon geschrieben, dass sie... Also ich habe sie gefragt, ob sie das aus dem Club sah. Hat sie gesagt, ja klar, das kann ich machen. Finde ich auf jeden Fall super, super lieb von dir. Ja, ich kann in zwei Tagen wieder schreiben. Am 19.07. Und heute ist der 17.07. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Und ich... Äh, warte mal ganz kurz. Und ich töte jetzt hier noch so eine Runde... Oh, scheiße. Bis zum nächsten Video. Bye.